Das letzte Mal haben wir hier angefangen auf diesem Schiff im Mund höher zu tuckern. Du bist ein echt guter Geheimagent, wenn du mir einfach so sagst, was du bist. Draußen fuhr gerade voll das menacing Auto durch die Gegend. Warum sagst du mir sowas? Schnief, schnief, wir wollen in die Zwiebeln schälen. Oh shit, ein Super-Buy. Hier ist nichts im Abfall. Hier ist nichts im Abfall. Okay, dann. Okay, dann. Überreste, ja Überreste, Überreste existiert noch nicht, das ist eine Zeit bevor es solche Dinge gab. Das ist genau vor unserer Zeit, kennt ihr alle noch gar nicht. Ein Top-Track. Ein Pokémon-Morolle, super stark, stärker, sogar Felsen bewegen. Cool, Foreshadowing. Ich mag's eben. Woah! Woah! Boi, boi. Boi, boi. Buddhist-." Du bist weder ein Bär noch sind wir bereits auf See. Du siehst aus wie Popeye. Okay, das ist, glaube ich, dann doch mehr ein Job für Katschuppi. Ja, nur Katschuppi ist schon angeschlagen. Der eine Typ hast du auch gesehen. Er hat sich sogar gesagt, ich habe einen seltenen Ball in den Müll geschmissen. But why would you even? Ich brauche nur leider keinen Wassertypen mehr, weil ich schon fucking Dings habe. Ja, die Queen. Und die Queen, die kann nun mal alles. Und noch viel mehr. So, ich muss Katschuppi nun mal hochleveln. Ups. Was heißt hier hochleveln? Ich meine, heilen. Dweep, Katschuppi Power. Panzerschutz, ja, Mensch. Schock der Night. Was hat es dir jetzt gebracht? Das hat sie ja echt gebrocht, dude. Grill der Chashmu. Und ein Tentara. Uff, Tentara. Von dir werden wir... Ach, Gottchen. Von dir werden wir noch früh genug genug sehen, habe ich dir das unruhige Gefühl. Resistenter, fuck. Toter, fuck. Das war's für mich. Me, mein Junge. Was muss die Leute lieben, ist zu kämpfen. Stolz sind Seeleute, warum rede ich sie nicht so? Maturosa möchte kämpfen. Der hat einen Muschers. Der hat einen Muschi. Äh, einen Muschers. Aber gut, immerhin haben wir Bug Bumble nicht mehr. Das haben wir bei Rüdiger gelassen. Und ich glaube, da ist es auch glücklich. Sehr gut, Katschuppi. Manchmal ist es doch auf dich verlass. Weil das Ding versucht, mich zweimal zu Superschallen. Und jetzt ist es nicht auf dich verlass. Und du, Alter. Knüllst dir ja richtig eine rein. Nicht mehr verwirrt. Schlimm ist, beide sind einfach nur... Zubats und Tentachas sind einfach nur niedere Peasants. Weißt du, die kommen einfach an. Haben nichts, nicht wirklich viel auf dem Kasten. Ich war früher genau aufgedeckt wie du. Ich bin nur in den Raum gekommen. Ich bin nicht in den Raum gekommen und hab gebrüllt. Oh, die Bitch. Und, äh, ne. I did not. Oh, hi, Mark. Katschuppi. Ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie mag ich den Namen Katschuppi. Es hat irgendwie was. Auch wenn mir gerade er wünschen würde, dass Katschuppi hier Leute one-shottet, aber... Ich meine, es ist Donnerschock. Es ist eine absolut schwache Attacke eigentlich. Noch ein Säper. Das sollte Katschuppi überstehen. Oh, mein erster Shiny war... Oh, scheiße. Äh, mein erster Shiny war sogar tatsächlich erst ab Gen, äh... Ab X und Y. Weil... Vorher hatte ich einfach nie dieses Glück, mal einen Shiny zu bekommen. Das war einfach nie so. Sollte einfach nicht passieren. Ups. Sei kein Dieb. Scheiße. Sei lieber ein totes Katschuppi. Oh, fuck. Das wollte ich nicht. Ich weiß, ich hab gerade echt versucht, das fucking sein Säper zu klauen. Okay. Das ist nicht Pokémon Colosseum hier. Wo ich mir ja echt wünschen würde, dass ich mal davon eine Fortsetzung machen. So ein richtig schönes, äh... Open World 3D RPG von Pokémon. Das wäre mal wieder richtig knurken. Oh, er verlor. Oh, Schnürfenwurbler. Ein Äther. Nice. Ei, 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 ei. Oh, Seeleute, bis jetzt ein Punkt... Ne, wirklich. Bäm, 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 bäm. Bäm, bada, da. Tentacher. Ich, ich... Ich glaube, hier sind einfach nur überall Seeleute. Deswegen immer zu Katschuppi muss. Weil Katschuppi muss dann Arbeit machen. Ne, 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 Kumpel. Das lässt du schön bleiben, ja. Da hab ich echt keinen Nerv drauf. Aber ohne Scheiß. Wickel? Also vorher Toxin und dann Wickel? Ist das... Ist das der nervigste Scheiß, den dieses Spiel zu bieten hätte? So technisch gesehen? Stern, du. Ja, Stern, du. Ja, Stern, du ist... Es ist... Häää! Ups. Oh, crid, okay. Mein Stern, du, ist auch cool. An sich. Ich meine, es ist ein Seestern. Es ist... Du könntest das Ding schmeißen und wahrscheinlich jemandem damit eine Gehirnerschütterung geben. Aber ja, das war eine reife Leistung. TM44. Was ist das denn jetzt schon wieder? TM44. Was haben wir denn da? Erholung. Jeder kann das. Jeder kann Erholung. Okay. Oh, ich bin ja auch... Äh, muss man mal was sagen. Ich bin ja aktuell, äh, am gucken, dass ich meine Capture-Card wieder gefixt kriege. Deswegen habe ich jetzt auch mal einen Kundensupport gefunden, der da helfen könnte. Und oh mein Gott, dein Sprite sieht schrecklich aus. Ähm. Ohne Scheiß, ich will unbedingt Pokémon Sonne wieder weitermachen mit Kesu. Das war eins der tollsten Projekte, einfach weil es so super chillig zu spielen war. Ich speed das mal ein bisschen ab, den Prozess. Ich finde das geil, dass hier... Wirklich? Geht doch, meine Güte. Das hätte jetzt ewig lang gedauert. Deswegen habe ich einfach mal ein bisschen vorgespult. Jesus, fucking Christ. Immer nur wickel, wickel, wickel. Äh. Wickel, ich bin witzig. Oh. Überhaupt nicht nervig, die Attacke in dieser Generation. Nein. Okay. Muschatz. So kriegen wir auch noch hin. Ihr habt zwar alle gefühlt, dasselbe. Aber jod. Kaputt. Level 24 Katschupi. Nice. Bäh. 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 Ach, Verlierer will kill oder los geht's, Minion. Bäh. Nerv mich nicht, du sa... Du hast natürlich einen Mach-Holo. Na gut, da wär Sui jetzt auch nicht wirklich ratsam gewesen. Aber... Karate-Schlag. Karate-Schlag. Du bist tot, Russe. Wer diese Referenz versteht, der darf sich knufft fühlen. Pfff. 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 Wow. Hier ist nicht mal was. Das ist immer ganz toll. Eine ganze Abteilung hier. Nur für stinkies. Ja, Mensch, gut, das war doch, dann sind wir ja hier durch, dann sind wir da durch, dann können wir ja auch. Mensch. Oh, scheiße, warte mal, ist hier nicht gleich. Moment mal. Lad mir mal kurz. Just in case. Einfach, weil ich das gerade über habe. Ich glaube nämlich, kommt gleich wieder unser Freund. Deswegen setze ich gleich mal Katschuppi nach vorn. Beziehungsweise der Kerl kriegt dann gleich erstmal, ach shit, ne, hier ist noch ein anderer Weg. Ich glaube, hier ist nur, ja, hier ist nur noch mehr, Leute. Spürst du, die Party ist vorbei, ich stehe bald in den See. Hier sind tatsächlich noch mehr, Leute. Ey, hör mir ein Tänzchen. Ach, wagen wir mal ein Tänzchen. Probier's mal mit Popeye. Ach, shit, Macholo. Ach, shit. Ich habe nur noch, alter, ich habe echt nicht mehr viel Donnershock. Ach, Gobbel. Ich glaube, ich gehe lieber, bevor ich dann gleich zu unserem Erzrivalen gehe, noch mal zurück zum Center und werde mich noch mal hochheilen, so. I don't trust this shit. Deswegen, alter, alter, äh, ne. Dem Kerl gebe ich das nicht, dem gönne ich das nicht. Ja, Muschus, da kann jetzt auch, äh, Gobbel noch da bleiben. Kann er auch klären. Der Baum ist aus Kraft, der weiß, spürt ihm ein Bild. Ice Shadow versteht mich. Das ist schön. Der, er versteht mich. Du weißt doch, dass wir nicht trinken, wenn wir nicht ganz dollen Durst haben. Okay, du bist auch cool. Brü, ich fühle mich ehle in einer frischen Luft, fühle mich besser. Ja, ist aber komischerweise, wenn du auf Ruhe See bist tatsächlich oft so. Ahoy, Simon, bist du sehr krank? Nö, aber ich klopp dich gleich krank. Dann muss ich krank streiten, Minion. Oh, Herr, Fringe. Okay, Katschuppi kann das. I trust, I trust that Chuppi. Karate Schlag, Crit, tot. Okay, Crit, ja, tot, nein. Gut. Karate Schlag. Noch ein Crit, okay. Katschuppi Attack. Und ein Tentacher. Ein Tacher Tenter. Ja, ich sollte definitiv vorher nochmal zurück und heilen. Ich wollte gerade sagen, das traust du dich nicht. Das traust du dir nicht. Mit deinem Tachententer. Und das ist noch bevor es ein Schwert-Pokémon gab. Wink, wink, wink. Wink, wink. So, äh, wenn ihr mich kurz mal entschuldigen würdet, ich durchbreche mal gleich ganz schnell Zeit und Raum. Einfach damit es schneller geht. Ich sag ja, Zeit- und Raumkontrolle ist schon was an sich cooles. Seien wir mal ganz ehrlich. Ich mein, selbst ihm wird schlecht davon. Man muss natürlich ein bisschen präziser sein, sonst übertreibt man es mit der Zeit- und Raumkontrolle. Aber so ist man schnell wieder da, wo man eigentlich hinwollte. Ich sag euch, das geht immer unglaublich schnell. Ich hab mir ein überschlafene Pokémon gesehen. Sieht ungefähr so aus. Draw me like one of your French Pokémon. Okay. Ja, okay, ich hätte auch Teleport verwenden können, ja. Ich hätte natürlich auch das machen können. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Das ist unser fetter Kerl, okay, gut. Ein Angler. Sieht mehr aus wie ein Mechaniker, aber gut. Boah, dieses Goldini. Es sieht immer so aus nach dem Motto. Boah, muss ich ein Einhorn sein? Muss ich wirklich jetzt ein Einhorn sein? Muss das? Okay, genau, so sieht Goldini gerade aus. Aber wir rocken hier Katschuppi erstmal hoch. Also Katschuppi ist erstmal... ...ging daneben. Es ist fucking Donnerschock. Alter. Volltreffer. Noch so ein genervtes Goldini. Oh man. Ich will das... Ich hab echt keine Lust, ja. This is Goldini right now. This is right you. This is you right now. Ich hab echt keine Lust, man. Alter. I can't believe you've done this. Alter, Katschuppi ist schnell. Okay, da warst du mich. Tschüss. War das Sui? Okay, da... Ich hab keinen Bock mehr. Bis nächst mal. Tschüss. Oh shit. It's a Pikachu battle to the death. Oh scheiße. Katschuppi battle. Nur seins ist ein Fake und meins ist real. Muaah. Oh crit. Dein Katschuppi ist aber schlecht. Was ein schlechtes Kapu... 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 Oh, fühlt man sich gleich jünger. Ich dachte... Tot. Kannst nicht mehr Items tragen. Ach, ja. Da war ja was. Da war ja was. Scheit. Ne, das war Erholung. Ja. Das hab ich ganz vergessen. Äh... Sui? Goddammit. Mein... Brauchen wir... Das Boot-Ticket brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ist zu wichtig. Du kannst es nicht wegwer... Deppe, 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 deppe... Warum? Ach, äh... Ne, warte. Was war hier von den ganzen... TM8 war das? Ja, das war Bodyslam. Komm, Luffy. Damit kannst du was anfangen. Ein Top-Ater. Well, fucking great. Ihr wollt euch nicht stre... Äh, ihr habt eure Pokémon immer weitergeleiten sehen. Guck mal, könnt ihr ein bisschen mit zerschneidern... Ihr sagt mir alle Sachen, die ich schon längst weiß. Oh shit, und ihr wollt euch fetzen? Aber lieber stark oder seltene Pokémon. Hm. Fucano, ja gut. Das ist doch was für die Queen. Das ist ein Job definitiv für die Queen. Die Queen macht mit sowas in der Regel echt kurz im Prozess. Bish. Wie süß. Wie süß. Da willst du dich mit der Queen messen. Der Gäller-Queen. Lachhaft. Und ein Ponita. Nimm dieses brennende Pony aus meinem Gesicht. Nee, Manky ist noch nicht, äh, Gears Second. Das ist das Problem. Deswegen ist es auch noch so low. Aber ich will auch noch gerade... Ich bin ganz ehrlich, ich würde lieber nachher mal zwischen den Parts einmal Manky irgendwie versuchen zu leveln. Anstatt das hier jetzt zu machen. Schlimm ist, das Ding kann nerven. Sui, you can do it. Das überlasse ich dir. Ich hab noch nie gesehen, dass irgendwas an Sui richtig harten Schaden gemacht hat. Ernsthaft? Du sollst dich erstmal einbuddeln. Und dann kannst du immer noch hier... Bäm. Unter die Erde gebracht. Sui ist... Sui ist Level 2 MVP. Die Queen ist MVP. Und dann kommt Sui. Definitiv. Definitiv. Und irgendwo ganz unten ist Gobbel. Oh, bingo. Oh, yeah. Mal langsam. Nee. Fuck off. Wenn ich doch... Nur mehr tragen... Fuck you. Dumpf was hier... Nugget. Das soll ich mal verkaufen sein. Fuck this. Können mich da verklagen dafür. Oh shit. Oh, ich weiß, wer das bekommt. Unser zweiter MVP. Sui Stein. Oh shit. Sui Stein entwickelt sich. Oh shit. Yo, dude. Look at him. Look at this majestic dude. This majestic Geo, dude. Ja, warum, 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 da war ich so. Er war aufregend. Oh, dieser Fall ist so, Fuchs, da steht sich schon besucht. Oh, ihr seht ne Pokemon. Ja, und die Fallrate da ist schrecklich. Ich kenne mal keine Beine, da ist schlecht aus. Ja, warum habt ihr euch denn... Ich bin sehr krank. Boah, wir haben es geschafft, dass Sui digitiert ist. Ay caramba. Sieh an, Smurf. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Smurf, haben wir dich tatsächlich eingeladen. Wie kommst du denn auf deinen Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Ich habe viele riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück im hohen Gras. Versuch dein Glück im hohen Gras. By the way, I will fuck you up now. By the way, er hat 40 Pokémon gefangen, rennt aber nur mit 4 rum. Kumpel, ich werde dich, glaube ich, nie verstehen. Aber deswegen warst du immer Nummer 2. Technisch gesehen bist du sogar unter Gorb... äh, unter... unter Gobbel. Also... Ja. Gorb, lebt damit. Du wirst immer die Nummer 2 bleiben. Immer. Radikal. Oh, das ist ein Fall für Sui. Da wird sich dieses Vieh die Zähne dran ausbeißen. Jesus. Jesus. Jetzt müssen wir Sui nur noch beibringen, dass er mit Steinwurf trefft. Genau. Knacken muss das im Gesicht. Kadabra... Oh, er hat einen Kadabra schon. Überlassen wir das der Queen. Ich weiß, die Queen ist eigentlich schwach dagegen gegen Psycho. Zumindest Gift, glaube ich. Von daher. Aber... Okay. Ich habe gerade doch ein bisschen Angst um die Queen. Äh... Überlassen wir das dem Stein. Sui. Wir brauchen doch nochmal deinen Rat. You cannot teleport, fool. Das ist einer der wenigen Male, wo Sui sogar tatsächlich dezenten Schaden nimmt. Und dein Kadabra jetzt einen Schädel-Einbruch hat. Glutexer. So, das ist aber ein Job für die Queen. Alter. Ich möchte nur mal kurz... Das ist im Grunde gerade perfekt. I mean, check this out. What? What is that? Is this supposed to be me? Denkst du, das bin ich? Sieht das da aus wie ich? Hä? Denkst du, das bin ich? Okay, gut. Ja, das ist, äh... Glutexo in seiner Final-Form. Flashbang. Wunderbar. Das war mal dein Starter. Dein Starter ist Trash. Mist. Na, wenigstens trainierst du deine Puck? Was soll das denn heißen? Gibt ja ein großer Meister, wo man mit dem Zerschneider an Bord sein. Ah, war ein seekranker alter Mann. Mr. Zircon does not require boats. His currency is pain. Sollte es Ui mal explodieren, schreit er. Lass mich los, ich hab keinen Bock mehr. Ich beende die Folge. Hashtag Heart of Darkness. Oh, gosh. Okay. Was ist das netzlich? Sollte es mir ein bisschen beidesuchen. Ciao. Ciao. Piss, buddy. ich danke dir geht mir schon viel besser ich möchte umgang mit dem zerschneider also ich stelle mir vor wie sich sui in die luft jagt mit finale und dann einfach nur ja ja genau verdammte scheiße ey komm mir sagt man immer noch den der aber macht viel schaden nach also wir alle haben unsere memes zu tragen wir kommen aus einer generation wo wir alle unsere memes zu tragen haben wir schon jetzt haben wir jetzt schon hier ist das vollgas haben wir schon vollgas gehabt schmeiß mal fest die scheiße okay perfekt so jetzt können wir also jetzt wollen vm-sklaven ach du scheiße ach du scheiße jetzt brauchen wir einen fucking vm-sklaven damit wir da irgendwie durchkommen ich glaube ich habe die perfekte idee dafür warte mal luffi packen wir sowieso gleich mal weg davon abgesehen müssen wir eigentlich ein add-on donations haben das ist suis zeug das darf ich gar nicht das ist sein zeug okay so dann wollen wir mal gucken erst mal ablegen wir legen mal bird person ab come on bird person du bist grad wirklich das du bist echt least mvp ich nehme dafür mal den pillerman mit weil pillerman ist ist still nvp ich meine der ist jetzt schon 21 da müssen wir nicht viel machen und wir legen mal luffi erst mal ab vielleicht kommt luffi noch mal später zurück who knows aber wir brauchen jetzt was was zerschneit war ein mr scape grace komm mal her ich habe einen job für dich ja ich glaube ich könnte auch gobble dazu beauftragen aber war ein du machst das jetzt mal wofür was anderes habe ich keine ahnung was sie braucht was für ein porenter ein porenter im haus ein hauspenter kann hilflich sein ich verkaufe mal die wow eta bringt gar nichts nice das nugget verkaufen wir mal den top top eta bringt auch nichts wunderbar poké bälle nochmal wir haben aktuell geld bis zum abwinken machen wir mal ein bisschen hier sehr schön das ist ein vogel mit lauch oh scheiße bitte schüttiger lauch challenge und nein nicht schon wieder taub sieht das ist ein taub sieht ja 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 viel glück dabei ich glaube nicht an dich aber okay da sitzt du ein habbitag willst du uns gegen porenter to be honest ich habe ich habe glaube ich genau die richtige person für dich aber das in der nächsten folge bis zum nächsten mal ciao leute tags ka n 10 n mal 1 2 3 4 3 4 4 5